Hallo, hier ist Martin von Moneymonkeys, das ist die DAX-Analyse für den Mittwoch, den 21.06.2022 und unser DAX hat hier sich weiter nach unten weggedreht. Wir hatten gestern darüber gesprochen, was jetzt typisch für den Dienstag wäre, insbesondere, dass eben noch ein weiteres Tiefwunder den Montag folgen dürfte, zum Vormittag, oft auch eingeleitet mit Gliedern, einer kleinen positiven Eröffnung, um 2.30, 2.40, die kam nicht, hat es direkt nach unten durchgestellt, dann hat man gesagt, er hätte eine gute Konterschance, wenn er unter dem Tief hier mal kurz drunter sticht und dann direkt wieder nach oben zieht, das hat er nicht gemacht, also er hat es gemacht, im Grundsatz war es erkennbar, er hat es hier runtergestellt und dann versucht, aber er hat das nicht hingekriegt, also wir hatten im Update bei uns ein E-Mails geschrieben, wenn er einen Stundenschuss über 1.60 schafft, dann wäre es vielleicht eine Long-Idee als Konter, aber das hat er auch nicht geschafft, der hat auch nicht die 1.80, die hat mir ihm mitgegeben als Long-Chanze, auch keine Long-Chanze bedient, das heißt, wir haben das nicht bedient, was wir in der Mocken-Analyse besprochen haben, wir haben Intraday nicht das bedient, was ich hätte ableiten können und so war es einfach nur schwach. Abwärtsgap gesetzt, eigentlich ganz täglich im Tagesminus gehalten, wir sind in der Spitze weitere gut 150 Punkte tiefer als noch am Vortag und damit fühlt sich unser DAX, wenn wir die andere Bewegung, die wir hier als Maßstab genommen haben, gut durch. Erinnert euch hier, Montag, also Analyse für den Montag, als wir gesagt haben, über 3.65 setze ich meine rosa-hote Brille auf und gehe Long, aber darunter Risiko wegen Doppeltop-Fehlausbruchgefahr, Long zurückstellen unter 3.72, wird der ein oder andere sich jetzt wieder mit der Handfläche gegen das Gesicht schlagen und sagen, naja, warum habe ich denn da oben nicht mein Zeug schon zugemacht? Aber so ist es halt immer, man muss das lernen, man muss das irgendwann einfach anfangen, direkt umzusetzen. Was man sieht, wie die Signale kommen und auch riskieren, und dass man eine Fehlentscheidung trifft. Und dafür haben die meisten Marks, sie denken immer, wenn ich jetzt aus meiner Position rausdrehe, dann dreht der Markt und ich habe keinen Gewinn. Ja, das ist immer das, was allen so im Kopf geht. Das geht mir nicht anders, das ist einfach so, damit muss man klarkommen. Das wird man nie wegkriegen. Ja, man muss einfach dann trotzdem so handeln. Ja, das nützt nichts, das ist einfach so. Man muss dann eben auch zugucken, wenn der Markt dann dieses eine Mal, das wird dann auch so kommen. Einmal gehst du dann raus und dann läuft da doch die Bewegung ab, die du haben wolltest und du bist nicht mehr dabei, das muss man mitnehmen. Ja, aber unter dem Strich wird man damit viel besser laufen, auch wenn es sich viel schlechter anfühlt, weil einem dieses eine Mal, wo das dann eben so passiert, richtig im Kopf durchtriggert. Da sind wir instinktiv einfach so drauf gepolt, das muss man akzeptieren, das können wir nicht ändern, müssen wir mit klarkommen, das Beste draus machen. Beste draus machen müssen wir jetzt auch am Mittwoch aus der Situation. Wenn wir ganz neutral und nüchtern betrachten, was wir auch über den Dienstag erzählt haben, gestern mit diesem drunter stechen, Vormittag ein Tief setzen, dann am Mittag in die Erholung rein und dann Nachmittag gucken, neues Tief setzen oder eben Konter ganze Woche wieder grün ziehen, haben wir im Vormittagstief drin stehen, aber kein Nachmittagstief. Das heißt, das, was wir gestern über den Dienstag gesagt haben als, ich sag mal, Kontervorbereitung eben in Bezug auf diese Nachmittagstiefs, das ist passiert. Wir haben ein tieferes Tief unter dem Montag, wir haben ein Timing-Technisch, ein schönes Vormittagstief, ist jetzt nicht unbedingt schönes Niveau, ja, ich hätte es mir auf 1,20, ja, lieber gewünscht oder am Gap-Klos oder irgendwie, aber ich sag mal, grundsätzlich, wenn unser DAX, und da reicht wirklich, da kann man eine kleine Grenze nehmen, kann man schon sagen, oberhalb von 16,1,60 arbeitet am Mittwoch, muss man das jetzt erstmal als Kontermöglichkeit werben, na, rein aus dem, was wir für den Dienstag abverlangt und sehen wollten. Haben wir gesagt, wenn er dann drunter sticht, ja, am Vormittag drunter sticht und erhält das, zum Beispiel, er macht keine Nachmittagstiefs, kann er, die kann er, die ist als Einleitung nur um die ganze Zeit wieder. Er muss dann eben bloß neue Tages hochsetzen und sogar das hat er erfüllt, ohne danach neue Tagstiefs zu setzen. Also von daher, auch wenn es ein potestischer, schwacher Tag ist, die Option ist da, deswegen würde ich persönlich, oberhalb von 16,1,60 Richtung 16,210, 16,215 arbeiten, ja, weil ich mir den Gap-Kluss gut vorstellen könnte, und ich sag mal, wenn er dort angekommen ist und er stellt sich nicht dumm an, dann läuft er hier ein bisschen zurück, kommt vielleicht von oben nochmal auf die 16,1,80 zurück und arbeitet dann wieder weiter Richtung 16,270, 16,230. Das wäre eine bullige Option, die er hat und die er auch ausspielen kann. Negativ-Szenario wäre, er geht über 16,1,60, gleich am Morgen, rammt sich an der 16,210 so den Nischel ein, dass er wieder abkippt, hier unten wieder unter 16,1,20 fällt und dann gleich durchgereicht wird, direkt auf den Gap-Kluss. Das wäre dann eine Linie von oben nach unten, ja, also wenn er hier oben Gap-Kluss macht und er ballert danach hier unten aus dem Traik raus, kann er bis zum Gap-Kluss in einer Rutsche durchmachen. Da muss man ein bisschen aufpassen, denn, das sieht man immer wieder, eine Bewegung beschleunigt immer hinten raus. Ja, das sieht man immer, egal, beim Aufwärtsbewegung und Abwärtsbewegung, wenn die Leute denken, der ist schon weit gefallen, ich gehe jetzt mal long, dann fängt der Markt richtig an zu schieben. Immer, das macht er immer, egal, jetzt ist er auch hoch zu so. Ja, wenn die Leute alle Short reinflanken, weil sie denken, der ist aber weit gestiegen, dann macht er noch ein paar hundert Punkte, wenn nicht gerade sogar tausend. Immer so. Ja, hier, guckt mal, links, wir haben es ja vor Augen, wir haben es ja vor Augen. Ja, auch eins, zwei, drei Tage und dann, boom, kommt richtig Schub mal rein. Und der Schub, der war noch nicht da. Und deswegen sollte man ein bisschen aufmerksam sein, wenn er sowas dann zum Beispiel anspielt. Ja, er kann da gut drücken und wie gesagt, das haben wir schon eingangs der Woche gesagt, der Gap-Kluss wäre ein wichtiges, großes Ziel auf dem Weg nach unten. Wenn ich gerade das Wichtigste sehe, ja, als Zwischenziel. Ja, diese 8,75, die wir da haben und dann könnt ihr von dort auch nochmal eine Gegenbewegung machen, keine Ahnung, ein bisschen Freitag rein und von dort dann wieder abkippen, so wie er das jetzt die Woche gemacht hat, ja. Macht er Donnerstag, Freitag dann nochmal eine Drehung und dann kippt er Montagdienst da nochmal ab, setzt sein finales Tief und dann kann er von hier unten schon wieder weiter steigen. Ja, das wäre so grob Fahrplan nächsten Tage für den, ähm, äh, was haben wir, Mittwoch? Mittwoch selbst würde ich, das habe ich gesagt, oberhalb von 16,61, ja, mich langer in Richtung 2,10, 2,15, dort vielleicht sogar erst mal Teilgewinne realisieren und ein bisschen in Entdeckung gehen. In dem Fall, der kippt dort um, aber auch die Option in Erwägung halten, dass er durchdrückt und dann bis, äh, 270, 300 geht, ähm, sollte er uns unten raus starten, tief rein starten in die, ähm, ich sag mal 16,100 und sich irgendwie hier so in dem Bereich, hier oberhalb der lila Linie, die liegt jetzt hier bei 16,50 und 16,100, irgendwie sollte er in den Bereich rein starten und sich aber früh relativ schnell aus diesem Bereich rausdrehen und dann über 16,61 gehen. Wäre das für mich genauso long. Also es wäre für mich auch ein Konteransatz und deswegen können wir es aber zusammenfassen und sagen, oberhalb von 16,1,60, ähm, wird durch long suchen. Egal, ob es da jetzt ein oder zwei oder drei bullische Szenarien gibt, oberhalb von 16,1,60 kriegt er von mir, von mir positive Tendenz. Gibt keine Garantie, das klappt, das kennt ihr, das wisst ihr, das ist immer so, niemand weiß, was morgen passiert in der Börse, aber dort gäbe es dann erhöhte Wahrscheinlichkeit. So, und er hält das aber nicht, drückt er direkt durch, macht kein Konter, für mich weiterhin kein Long, weiterhin Zurückhaltung auf der Long-Seite, ohne Kaufsignale, keine, ne, wie wir gestern gesagt haben, wenn wir keine Stärke sehen, dann suchen wir keinen Long, wenn wir keine Schwäche sehen, warte mal, sag ich es richtig rum, wenn wir Stärke sehen, dann handeln wir Long, wenn wir Schwäche sehen, handeln wir Short. Ja, und gestern auch zu beobachten gewesen, ne, ganz markant auch bei uns im Chat, die Leute, die hören alle, was ich sage, die hören das, und Kieran, der hat sich richtig unten ein, abgesabbert, und echt, jeder einzelne Post war ein Long bei uns im Chat, der hat kein einziges Sondern Short getradet, und das, obwohl der Markt 150 Punkte nach unten gegangen ist, das ist das, was ich aber meine, wenn ihr Schwäche seht, nicht instinktiv zum Long greifen, das ist nicht immer gut, egal mit welcher Begründung und Konter und Möglichkeiten, wartet dann einfach das Kaufsignal ab, und wenn keins kommt, dann habe ich auch auf der Long Seite nichts verloren, und dann tradet es sich leichter, es ist einfach mühselig, klar kann man so traden, und klar hat man auch mal einen guten Trade, und man freut ihn auch mal, und am Strich ist es, hat es eine viel schlechtere Trefferquote, und ist viel mühseliger, und mir laufen viel öfter die Trades erstmal volle Hütte ins Minus, wenn ich gegen den Trend arbeite. Wenn ich mit dem Trend arbeite, dann laufen wir die Position direkt an, ich habe eine viel, viel, viel bessere Trefferquote, und es tradet sich einfach leichter, aber das muss jeder für sich selbst begreifen, oh, kommt mal zum Seminar von uns, ja, haben wir jetzt keins drin, aber ich glaube, Ende September werden wir nochmal ein Online-Seminar einstellen, kann man sich auch nochmal ein bisschen das Gehirn waschen lassen, aber das muss jeder für sich selber, muss den Knackpunkt bringen, auch das Seminar alleine, das reicht auch nicht, ne, also das muss schon, man muss schon da auch anfangen, das umzusetzen, ja, man kann sich einpeitschen lassen, aber auf den Knopf drücken muss jeder selber, ja, so, und Punkt, wenn das nicht hält, Gap Close hier unten, machen wir es kurz, kurz, muss ab, wieder wird schon wieder zu lang, und hier unten dann 57, 57, ja, das wäre Hauptziel, und das wäre aber jetzt für mich Fokus, 16,6 bis 15,975 da ist, das Gap, das hat für mich Fokus, wenn er weiter Schwäche zeigt, und nicht zwischen 16,100 und 16,50 einen frühen Freitagsshop direkt wieder hochdreht, denn das wäre für mich Konterschance, oberhalb von 16,160, dann Long, Richtung 16,2,10 und Richtung 16,3,35 zu suchen, ich mache hier zu, wünsche euch was, viel Erfolg, gutes Gelingen, bis morgen.